Du bist jetzt hier... Der komische Vogel ist auch weg. Was ist denn los? Da ist er! Ich wusste es! Liebe Freunde, es ist Freitagabend und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Jojos Allerlei. Okay, das ist eine Serie, wo ich einfach mal das zocke, worauf ich gerade Bock habe, ohne daraus direkt eine ganze Serie zu machen unter einem Display oder whatever. Wie ihr unmittelbar sehen könnt, ähm... Ja. Ich spiele Five Nights at Freddy's 2 und werde mir jetzt gleich richtig losen machen, wahrscheinlich. Ähm... Ja. Deshalb würde ich sagen, fucken wir nicht lange dran rum. Wir starten einfach... Warte, habe ich AutoCity? Verdammt, habe ich AutoCity. Ich habe ja auch AutoCity gestartet. Ja, ähm... Auf jeden Fall klicken wir jetzt auf New Game. Das habe ich jetzt gesagt, damit ich das synchronisieren kann. Und ja... Hilfe gesucht. Große... Neueröffnung. 12 Uhr morgens. Erste Nacht. Ich weiß nicht, Deuerung noch gar nicht. Verdammt. Jo. Darauf habe ich keinen Bock. So, ähm... Dann gucken wir mal. Hier stehen sie noch alle. Wie... Flashig? Ach so, flashig. Okay, gut zu wissen. Ähm... Da ist mir nix. Ich muss mich da immer orientieren, hier. Da ist ein... Ihh... Ist der hässlich. Aber hier nicht irgendwie auch so'n... Geh mal rüber, da. Guck mal, war hier doch ne... Ich hab nix gemacht. Da ist ein Typ. Ballontyp. Irgendwann gab's hier doch so'ne... Hier, Musikbox. Die muss ich gar nicht... Noch gar nicht aufziehen, okay. Steht ihr denn noch alle da? Ihr steht noch schon alle ordentlich und artig da. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt einer war. Guck mal genau gucken. Also, man sieht hier diesen Plan. Ich denke mal, ich rate schon mal, was auf Five Nights at Freddy's gehört. Da ist Freddy! Da ist Freddy! Ich seh dich! Okay, oder ist das Freddy? Hä? Kann man dann mal einmal zwei Freddy's? Oder ist das einfach nur so'n komischer Kautsbär? Irgendwann hat grad getickt. Da ist er, da ist er! Ich glaub, das ist Freddy! Irgendwie, dass hier grad gar nichts passiert hat, das macht mich schon paranoid. Warum ist hier so'n... Hintergrundgeräusch? Da ist ein Ballontyp, der verkauft Ballons, der ist wahrscheinlich freundlich. Hm, nicht. Ich sollte auch da mal gucken, ne? Da ist auch so'n Typ. Da noch alle da? Über rüber! Da noch alle da. Oh, oh. Ich muss mit meinem Fleisch... Fleischleiter aufpassen. Jetzt... Wer ist immer noch da, der Typ? So. Boah. Aber in dem Tatsache, dass nichts passiert, macht mich paranoid. Das ist... Das ist voll mies gerade. Wo ist denn der Ballontyp? Der steht auch noch da. Ist einfach noch nichts passiert irgendwie. Da ist irgendwas. Ah, jetzt muss ich jetzt... Jetzt muss ich doch aufdrehen anscheinend. Nur am Anfang muss ich es ja anscheinend nicht aufdrehen. Seltsam. Da ist jetzt noch alle drei da. Das ist auch der Ballontyp. Da ist immer noch der Typ. Passiert hier auch mal wat? Ich kenne halt halt... Ich kenne halt viel... Ähm... Viel... Aufregend, dass hier viel mehr passiert. Irgendwie passiert ja gerade gar nichts. Wo liegt das daran, dass ich nacht eins bin. Ja, warte, warte, ja! Hi! Du bist jetzt hier... Der komische Vogel ist auch weg. Was ist denn los? Da ist er! Ich wusste es! Blechleid! Das funktioniert. Also ich weiß, dass man das irgendwie mit dem Blechleid wegmachen muss, die Typen. Gucken, kurz gucken, wo ist der Typ hin? Wo war der? Der ist weg, oder? Halt, 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 halt! Oh nein, ich muss auch noch die... Halt, 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 halt. Kack, Musikbox da. Mach ihn, 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 mach ihn! Oh, was ist passiert? Er ist weg! Verdammt! Der Hase ist noch da? Da ist er jetzt! Seh dich, du bist noch da? Das ist gut! Warte! Wo ist der, da ist er? Das heißt, der ist da, das heißt, ich kann jetzt von da kommen und... Wo ist der komische Hase? Da ist er auch komisch, also gut. Das heißt, er kann nur von da vorne kommen, quasi. Du bist... Du bist... Du bist da? Du bist noch da? Du bist noch da? Du bist noch da? Da! Verpiss dich da! Fläsch dich! Du bist auch noch da, gut. Verpiss dich! Oh, scheiße, ich muss jetzt... Gut, dass ich daran erinnert werde. Du bist noch da? Wo ist der? Da ist er komisch, also jetzt. Piss dich! Du bist noch da? Komm schon! Kannst du nicht verschwinden? Du bist noch da? Ähm... Hier ist er. Als ob du jetzt... Jetzt kommt der auch noch von... Du blöder... Blöder Hase jetzt. Versorg mir jetzt nicht erst nach direkt schon. Zieh, leid, zieh, leid. Du auch. Ich muss noch bis 6 Uhr durchhalten. Ähm. Also, was ist jetzt los? Warum kann ich nicht nach vorne? HIEBIAIJEI, Spänebacke! Ich glaub, ich muss irgendwie dann... Komm schon! Wer hat 6 Uhr? Huuuuuuh! Hauh! 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 Das war die erste Nacht. Also die Weinschweizen am Ende wurde knapp, hatte ich den Eindruck. 雷 Hauh! 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 Und jetzt, wer hat das denn? Hauh! 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 diese musik wachsen so komische hier ist dieser typ ja das war es sonst wo steht freddy eigentlich am anfang hi irgendwo ist freddy doch am anfang sein da ist er doch also ich dachte ich dachte wenn ich am anfang da antin ist er von anfang an da oh gott diese wien papa das ist moment da ist irgendwas Warte... Wer sagt das eigentlich doch ein Hai? Irgendwer sagt doch ein Hai und ich bin grad... Ich hab absolut keinen Plan... Wer? Die sind noch alle da, das ist gut. Ähm... Irgendwer oder was hat gedacht... Ah, du blöde Hase da! Verpiss dich da, verpiss dich da, verpiss dich da! Ist das nur der Hase? Ist das nur der Hase? Du was? Ah, du kannst dich auch nicht... Und du kannst dich auch bewegen? Das ist... das ist doch nicht der Ballontyp? Piss dich! Diese blöde Musikpokse, ich vergesse die anderen! Biss dich da! Biss dich da! Biss dich da! Wo ist denn?! Hö hä 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 eta fuß dich... Hö hä 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 hä! Hö hä 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 hä! Du bist doch jetzt nicht ernsthaft! Ähm! Oh oh! Nicht gut! Du willst alles Verpiss dich da, 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 verpiss dich da Verpiss dich doch da Ähm Wie war's noch? Ja, wie kann er Ah, Leute Was war das hier, Sylvie? Alter Alter Versuchen wir halt nochmal nach 2 Uiuiui So Erstmal gucken Hier ist erstmal nix Also, Moment Wir haben gelernt, dieser Ballon kann sich auch bewegen, dieser kosche Kauts da Und den kann sich sowieso auch bewegen, das weiß ich Blöde Windbox, ey Ähm, der kann sich glaube ich auch bewegen, welches Weg hat uns eigentlich eben angegriffen? Das bleibt mir immer interessiert, was das für ein Piki war Oh, da steht auch noch eins, ich glaube da liegt eins, da ist Freddy Aber von dem Piki haben wir das ja keiner Da ist wohl noch eins, oder? Oder was ist das? Das war auf jeden Fall eins, was ich vorher noch nie gesehen hab zuvor Er ist ja nicht böse Irgendwas war grad Da oben ist was Du blödes Ficht, ich sehe das da oben Da ist noch nix Da ist auch nix Allerdings ist das noch keine Gefahr Der ist weg bei der Windbox hier, der ist weg Wo kann der hinterher, der kann in dem Raum sein Der kann in dem Raum sein Hier sind die ich Hier war doch auch was Oder? Der ist falsch Der ist, da ist der Typ Und der ist grad abgehauen Der Ballontyp Hier, der Blaue ist auch weg Wo die mich Ich, ich, komplett Da ist der Blaue Aha Ansonsten Wo sollen die, wo sind denn die anderen hin, bitte? Wie ist denn diese blöde Windfuchs, ey, ich vergiss die andauern wieder Die sind noch da, beide? Ähm Warum kann ich nicht da noch Nach vorne leuchten? Du blödes Ficht, ich sehe ich Flashlight Irgendwie hab ich langsam den Eindruck Dass dieses Doch, es bringt was Warte Wo ist das? Ich kann ja, ich hab ja gerade, oh verdammt nochmal Irgendwas ist gerade im Sch... Du blödes Ficht, bis jetzt da hingekommen Ich schwöre dir, ich töte dich Jetzt kommst du auch Da bist du blödes Ficht Ich seh dich doch Du bist ein Nismen-Transformer Leck mich Kann ich ganz ehrlich jetzt wieder abnehmen? Jetzt ist der da, wo bist du jetzt? Oh nein Wieso jetzt verarschen? Jetzt steht er da schon zu lange, oder was? Jetzt kommst du auch schon wieder Ich muss auch noch diese... Nein, 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 nein Jetzt, das ist mein Tod Das ist mein Tod, glaub ich Oh Gott Heiliger Mama Mia Jesus Maria, Mutter Gottes Ja, Game Over Können versuchen wir es noch ein letztes Mal Junge Da war ich gerade, aber Durchaus In der Zwickmühle Da ist der Typ am Anfang Ähm So, halt, ist dieser grüne Stabel noch da, da drüben? Ja Da ist der Ballantüter Ähm Da war mein Morse irgendwie weg Ihr habt's wahrscheinlich gesehen, aber irgendwie war sie bei mir auf einem anderen Bildschirm Ähm So, noch passiert nix Was offensichtlich ist Ähm Hier ist auch noch jeder da Da ist, ist da gerade was passiert? Hier ist noch das Und dann mal ein Video, was ich mit uns schneide, ist fertig Man nimmt aus dem Tag gerade mit einem zweiten Bildschirm, das ist nicht so praktisch Du blöder Hase ey Ihr bist jetzt schon mein Feind Irgendwas hat gelacht Das ist... Ich mag's nicht mehr, wenn was lacht. Irgendwas ist passiert. Ich hab Schritte gehört. Hier, PiA ist gleich zwei auf einmal. Wollt ihr mich ja nicht vorraschen? Raus da! Bleib von der Kamera weg. Nein, dieser Midbox. Nein, muss ich boxen. Irgendwas ist passiert. Nein. Es kommt da auch noch. Da war was. Blöder Hase. Nein. Jetzt ist dieser... Bringst du mir Kuchen mit, oder was machst du? Wo ist der hin? Der ist auch noch da. Oh nein, du blödes Hasenbie. Ich hasse dieses Vika, ich hasse dieses... Nein, 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 bitte nicht jetzt. Nein, 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 bitte nicht jetzt. Ah, das ist klar. Gott, was hat das jetzt gemacht? Ich werde mich an anderen Mal noch mal daran versuchen. Jetzt bedanke ich mich erst mal recht, ehrlich, fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und wenn es wieder da ist, Jojos allerlei, haut rein. Ich bin ja echt mal. Ich bin ja ganz genau. abgelebt.